Musik Ihr seid gerettet und das soll sich an eurem Leben zeigen. Deshalb lebt nun auch in Ehrfurcht vor Gott und in ganzer Hingabe an ihn. Er selbst bewirkt ja beides in euch, den guten Willen und die Kraft, ihn auch auszuführen. Der Herbst ist so schön. Ja, und so tolle Farben. Nur lastisch, genial. Schön, dass du wieder da bist. Auf geht's in unser nächstes Leseabenteuer. Hunger Timo ist heute alleine beim Schwimmtraining. Kiki ist erkältet und deshalb zu Hause geblieben. Da sie auch ein bisschen Fieber hat, hat Mama Timo gefragt, ob es ihm etwas ausmacht, nach dem Schwimmen mit dem Bus nach Hause zu fahren. Natürlich ist das für Timo in Ordnung. Jonas fährt ja auch mit dem Bus. Als Timo sich abgetrocknet hat, rummelt sein Magen. Schwimmen macht hungrig. Als die beiden Jungs auf dem Weg zum Bus an einem Supermarkt vorbeikommen, zieht Jonas Timo am Arm nach drin. Komm, wir holen uns noch schnell einen Schokoriegel, sagt er. Timo schüttelt den Kopf. Mein Geld reicht gerade für das Busticket. Jonas grinst ihn an. Ich hab auch kein Geld. Wir klauen einfach was. Und schon biegt er zu den Süßigkeiten ab. Im Vorbeigehen steckt er sich eine Tafel Schokolade in die Jackentasche. Keiner sieht etwas. Im nächsten Gang strahlt Jonas Timo an. Hol dir auch was. Timo ist wirklich erstaunt. Klauen ist so leicht. Also geht er jetzt auch zu den Süßigkeiten. Sein Mund ist ganz trocken. Timos Magen knurrt, als ob er sagen wollte, mach doch, ich hab Hunger. Und schon hat er eine Schokolade in der Tasche. Draußen klopft Jonas Timo begeistert auf die Schulter. Du warst echt gut, als ob du das schon ganz oft gemacht hättest. Timo holt die Schokolade aus der Tasche. Doch sein Hunger ist weg. Ihm ist eher ein bisschen übel. Ich hab es doch gesagt, klauen geht ganz leicht, grinst Jonas. Plötzlich dreht Timo sich um und läuft zurück in den Supermarkt. Drinnen schlendert er unauffällig zu dem Regal, aus dem er die Schokolade genommen hat. Seine Hand zittert, als er sie ausstreckt und die Tafel zurücklegt. Dann kommt er zurück zur Bushaltestelle, wo ein verdutzter Jonas auf ihn wartet. Klauen ist leicht, aber auch total doof, sagt er zu Jonas. Tja, der zuckt nur mit den Schultern. Timo ist erleichtert. Er ist kein Dieb. Jesus hilft uns zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Manchmal treffen wir trotzdem eine falsche Entscheidung. Zum Glück ist es nie zu spät, einen Fehler wieder in Ordnung zu bringen, damit es uns wieder gut geht. Und Timo hat es genau richtig gemacht. Gute Entscheidung. Und wir merken uns, Klauen ist doof. Also so richtig doof. Und deshalb machen wir das auch nicht. Jawohl. In diesem Sinne, tschüssikowski. Ich tschüssikowskratzen, tschüssikowski.